Hallo und herzlich willkommen hier bei Bird of Play. Ich bin der Lutz und ja, nach langer Abwesenheit, und es tut mir auch leid, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe, aber aus letzter Zeit war viel Chaos bei mir, sind wir aber jetzt wieder hier bei Star Trek Online. Kurz und nicht mit deiner Ränderer. Ich weiß, die ist noch offen, die wird auch irgendwann noch kommen. Aber im Laufe der Zeit ist was anderes passiert. Ich habe nämlich meine Hände an einen Gem-Hudder-Dreadnought Tier 6 bekommen. Endlich. Ich bin dem Schiff so lange hinterhergelaufen. Und es gab dann doch endlich die Möglichkeit, für mich dieses Schiff zu holen. Und dann habe ich es sofort gemacht. Ich bin zwar jetzt blanco, absolut, aber es hat sich gelohnt. Es hat sich auf jeden, jeden Fall gelohnt. Warum laufe ich schon so lange einem Gem-Hudder-Dreadnought Tier 6 hinterher? Weil ich einfach die Möglichkeit habe, sechs, äh, nicht sechs, sondern acht originale Gem-Hudder-Angriffsschiffe mit diesem Schiff zu spammen. Es ist so witzig. Und ich fliege es als Torpedo-Boot, was dann nochmal ein Schlag witziger ist, weil es halt einfach aussieht, als würde das Schiff wirklich aus Deep Space 9 kommen. Aber es ist so ein geiler Dreadnought. Es ist eins dieser Schiffe, wo ich echt sagen muss, die Übersetzung von Serie zu Spiel ist cryptic. Mit diesem Schiff einfach mal gelungen. Definitiv. Und vor allen Dingen jetzt durch, durch Bäumler und dadurch, dass du halt dann auch noch eine ganz bestimmte Fähigkeit mitnehmen kannst, macht das Schiff so viel Spaß. Es, ah, das Problem ist halt bloß, es ist so scheißendreckteuer. Die, dass der Preis für dieses Schiff ist so explodiert. Ähm, ja, ich, äh, wie gesagt, ich habe jetzt zwar keine Ressourcen mehr, aber es, es war es wert. Äh, dieses Bild hier ist sowieso etwas teurer, weil das Bild basiert auch noch auf einem anderen Trade, eines anderen Gemma-Dar-Schiffes, was genauso teuer ist, wie dieser verfluchte Dreadnought. Ja, ich hatte aber Glück, den Trade schon vor vier Jahren bekommen zu haben. Gott sei Lob, Dank. Ja, ähm, also ihr habt es schon mitgekriegt. Das hier ist ein Bild basierend auf Star Trek Deep Space Nine. Das bedeutet, wir haben hier eine kleine Einschränkung. Ich nehme nur blaue und lilane Quanten-Torpedos mit. Und ja, GeForce, ich werde vielleicht später upgraden. Ähm, also nur blaue und lilane Quanten-Torpedos sind nach vorne hin, hier in dieses Schiff installiert. Ich fliege in einer Variante, die nenne ich ganz gerne die Venom Geek Media Variante, weil in seiner Lore, die er auf seinem YouTube-Channel erzählt, sind diese langen, ich nenne es jetzt einfach mal langen Dinger, ähm, Lanzenwaffen, Polaron-Lanzenwaffen, die dazu ausgelegt sind, ordentlich mächtig Schaden zu machen, also quasi zwei Phaser-Lanzen, äh, bloß im Falle des Domains sind es dann Polaron-Lanzen. Und so ist das jedenfalls, weil Venom Geek Media erklärt mit diesen riesigen, ich, für mich waren es immer sekundäre Triebwerke. Und ich glaube für, dabei bleibt es soweit auch. Äh, ich müsste mich um die Lore dieser Aufbauten hier wirklich mal, ähm, ja, müsste ich mich mal ein bisschen mehr mit beschäftigen. Das Ding ist, ähm, Mikro-Minimal. Ähm, weil ich das, den Gemmutter Dreadnought auf Venom Geek Media auch noch mit abgestimmt habe, habe ich noch eine rundstrahlende Polaron-Bank drin. Die könnt ihr aber auch gegen den Geschützturm austauschen. Ich habe einen ganz anderen Wunsch eigentlich mit diesem Schiff, da komme ich gleich drauf zu sprechen, ja. Ähm, wenn ihr so richtig hundertprozentig Dominion-Kanon gehen wollt, dann schmeißt diese Rundstrahlen raus und nehmt, ich sage mal vorzugsweise, einen weiteren Quantentorpedo mit. Das bloß mal so am Rande. Ähm, ja. Fangen wir doch einfach mal an. Was haben wir denn für Quantentorpedos drin? Es gibt halt einen Quantentorpedo, den kann ich mir nicht leisten. Ich bin am überlegen, ob der cool wäre für dieses Bild. Das ist der Delfische Quantentorpedowerfer für 200 Lobby. Ich habe aber keine 200 Lobbys. Und ihr seht hier meine letzten Star Trek Online-EC-Ressourcen vor euch. Das bedeutet, ich werde wahrscheinlich niemals den Delfischen Quantentorpedowerfer mir holen können. Ihr solltet jetzt aber sagen, Lust, du hast einen Quantentorpedo übersehen, der noch ganz cool ist, dann schreibst du mir mal bitte in die Kommentare. Merkt euch aber bitte, er sollte möglichst blau oder lila schießen. Ähm, weil ich nehme auch immer noch das Delfische, äh, das Delfische, sag ich immer zu, das morphogenische Polaron-Waffen-Set mit, weil es ist Dominion-Technologie. Und ich möchte mir den Torpedos wirklich, ähm, Dominion-Technologie darstellen. Und bei Sto sind Polaron-Waffen lila, warum auch immer, eigentlich müssen sie mehr bläulich sein, aber es hat wahrscheinlich was mit Tetris und Waffen zu tun. Wie auch immer. Ähm, ja. Deswegen lila oder blau. Weil Polaron sind in Sto lila und in Deep Space Nine war es ja eigentlich eher bläulich. Ähm, ja. Also morphogenes Set. Ich sage mal, der erste Set-Bonus, 15 Prozent, reduzieren der Wiederaufladezeit von Feuerfrau und so. Mh. War mal besser. Ist mittlerweile etwas obsolet, vor allem mit diesem Bild, das werdet ihr gleich sehen. Aber auf der anderen Seite, ich habe ein, äh, Strahlenbank-Überladen mit und ich habe ein Streusalbe mit. Also das heißt, den zweiten Set-Bonus, den nehme ich vollkommen mit, weil ich habe sowieso Torpedos großflächig dabei. Ich kann es ja nochmal betonen, ich fliege hier ein Torpedo-Bild. Ja. Aber ich nehme halt alles mit. Das hat seine Gründe, genau zu seinen Zweier. Wie gesagt, das werden wir gleich sehen, das werdet ihr gleich verstehen, wenn wir bei den Trades sind. Äh, Weitwinkelkontrolle. Quantentorpedowerfer aus der Sovereign ab Tier 5, glaube ich, bekommt er sie, glaube ich, in jeder. Also in der Tier 5, in den Tier 6 und in der Legendären, äh, ist dieser Quantentorpedo ja sowieso mit drin. Ähm, Quantenphasentorpedowerfer, wisst ihr, kriegt er aus der Mission. Ähm, dunkle Materie, Quantentorpedowerfer, einer der besten Torpedowerfer, in meinen Augen. Ähm, Rufsystem, genauso wie den neutronischen Quantentorpedowerfer. Also er wird als Quantentorpedo gezählt. Ich habe da auch nochmal nachgeguckt. Weil hier steht nur neutronischer Torpedowerfer. Er wird als Quantentorpedo aber mitgelistet. Ja. Gut. Ja, und wie gesagt, zu dem Waffenset muss ich ja jetzt nicht viel sagen. Ähm, die Strahlenwagen könnt ihr halt entweder in Geschützturm mitnehmen. Oder noch einen zusätzlichen Quantentorpedowerfer. Das ist euch überlassen an der Stelle. Ich nehme momentan hier die Venom-Geek-Media-Variante, das heißt Rundstrahlende Bank. Einfach um diese Polaron-Waffenlanze darzustellen. Äh, das ist, ja, Kolonie-Deflektor. Natürlich, of course. Ähm, hier ist einer der allerersten Gründe, warum ich beides mitnehme. Sowohl Streimwaffenüberladen als auch Kanone Streusalve. Den offensiven Triumph-Impulsantrieb. Damit wir uns ein bisschen schneller drehen können und ein bisschen schneller fliegen können, wenn wir ein Feuermodi aktivieren. Ja, und dann zwei Teile mit Zielset. Ja, Standard. Ja, das ist solider Standard. Den nehme ich eigentlich immer mit. Ja. Konsolentechnisch, ich konnte mein heiliges Torpedo-Trio endlich mal mit dem, ohne sagen zu müssen. Okay, ich, ich, ich stretch jetzt mal ein bisschen die Regeln. Ich meine, okay, zugegeben, der, die Trikot-Beit-Träne ist nicht, oder Trikot-Beit-Riss-Werfer ist jetzt nicht unbedingt ein Quantentorpedo-Werfer. Okay, das muss ich zu meiner Schande hier offen und ehrlich gestehen. Aber, es ist ein blauer Torpedo, da fällt mir gerade ein, gibt es noch irgendwie einen guten Trikot-Beit-Torpedo-Werfer, den ich nach vorne und nach hinten einbauen könnte in diesem Schiff? Das könnt ihr mir auch mal schreiben. Ich denke zwar nicht, weil ich mag halt eigentlich schwere Torpedos nicht, deswegen habe ich da niemals drüber nachgedacht. Aber, ja, ich liebe diese Konsole, weil diese fetten Trikot-Beit-Torpedos über die Konsole werfen zu können, ist so geil. Ah, es ist eine meiner absoluten Lieblingskonsollen, die in letzter Zeit released worden sind. Stammt aus der Appalachie und ich nutze auch mit diesem Bild hier den Trail der Appalachie. Dazu kommen wir auch gleich. Äh, Titan-Konsole. Ja, eine kritische Trefferchance mit Waffen, habe ich mir gedacht, okay, nehmen wir mal mit. Ähm, leider ist der kinetische Schaden nicht so cool, aber man spammt nebenbei nochmal ein paar Quantentorpedos. Ist auf jeden Fall geil. Und die neue Konsole aus der neuen Odyssey-Klasse, die habe ich auch mit dabei. Ähm, ja. Ich denke mal, es ist schon klar, wozu ich diese Konsole mitnehme. Zusätzlich Torpedos spammen. Hallo? Das Ding hat in Deep Space Nine nur Torpedos gespammt, dann muss ich das weiterhin so mitnehmen. Ähm, also, für mein eigenes Sehen wohl. Ja, wir haben auch noch die Bioneurale, Infusionskreislauf, Matrix, wollte ich gerade sagen. Aber ja, Lobby-Konsole, Tarion-Kinetischer Umwandler, Lobby-Konsole und Alta-Meet-Konsole. Richtig, Lobby-Konsole. Äh, Omitikan hat alle drei. Ich habe die über die Jahre für ihn mit gesammelt. Und dementsprechend schmeißen wir die drei dann doch auch einfach mal hier mit in dieses Bild rein. Das Einzige, was Omitikan leider nicht hat, ist ein dynamischer Energieumwandler. Ich hätte zu gern einen dynamischen Energieumwandler. Aber Halleluja! Muss ich was zu Preisen sagen in Star Trek Online? Ich denke nicht. Ja, das Bild hier ist schon teuer genug. So teuer, dass ich pleite bin. Da kann ich mir auf jeden Fall nicht einen dynamischen Energieumwandler leisten. Dafür habe ich mitgenommen, dass, äh, Brottomaterie fällt, ob ich sagen muss, äh, die Konsole hat seine, hat ihre besten Tage, meine Augen wirklich hinter sich. Und ich nehme noch, äh, überladene SIF-Kopplung mit. Ähm, ja. Ja, es hilft mir halt ein bisschen mehr Schaden wegzutanken. Ich sag mal so, ich bin sehr froh, dass ich mal ein Schiff habe, was mir nicht immer so untermarsch wegplatzt. Deswegen nehme ich die beiden noch mit. Und deswegen habe ich mich auch zu was ganz anderem noch entschieden. Und zwar, ähm, die Taktik-Konsolen aus der Flöttenkolonie mitzunehmen. Da muss ich auch mal ganz kurz nochmal ein dickes Danke an, an, ähm, Ed raushauen, dass er mir da Zugriff auf seine Flöttenkolonie gestattet hat. Ja, ähm, ich nehme die beiden mit, einfach, weil ich mal ausprobieren wollte, ob mir diese zusätzliche Hilfe zu tanken, die mir ein bisschen was bringt. Ähm, ich sag mal so, ich denke, nicht unbedingt, dass ich es so merke, aber, ach, warum eigentlich nicht? Ja, äh, dann haben wir noch dabei den klassischen Schwachstellen-Lokalisator für Quantentorpedos. Und, ja, die Konsole aus dem Morpho-Gain-Set ist ja auch klar. Zwei Jammer der Angriffsschiffe, nicht-Elites, simpel, sticht und ergreifend. Aus dem Grund, ich habe gerade keine Flötten-Credits dafür. So. Aber dafür die Verbesserten und die sind auch schon witzig. Gut. Kommen wir zu den Eigenschaften. Gehen wir erstmal das durch, wo ich mir am unsichersten bin. Ich kann es nur nochmal betonen. Bankrott, hallo. Ähm, nichtsdestotrotz, denke ich mal, habe ich hier ein ziemlich solides hingekriegt. Ich habe Duel, Landeneifer mit, Agent, Torpedo-Ausbildung, Flottenkoordinator. Ich bin sehr dankbar, dass Ometi-Clan damals gleich mit einem vollgelevelten Projektilwaffen-Dingster-Boomster hier am R&D ist. Oder F&E, entschuldige bitte, hier am F&E waren Streifenwaffen, Kanonen und Projektilwaffen gleich voll. Was mega geil war, das hieß nämlich, ich hatte diesen Trade ja auch nochmal dabei, kinetische Präzision, weil, ganz offen und ehrlich, ich hatte keinen Bock, diesen Trade zu fahren. Ja, deswegen war ich sowas von happy, als ich gesehen habe, ich hab ihn. Ja, ähm, jetzt kommt was sehr altmodisches, inspirierender Anführer. Wir haben noch Indie Lücke dabei und das waren die einzigen beiden Trades, die ich geholt habe, weil ohne diese beiden Trades würde das Bild nicht funktionieren. Äh, unkonventionelle Systeme und der gute alte Bäumeler. Und, ja, ich hab mir da was vom guten Beutel abgeguckt mit dem, mit dem, äh, vom, ich hab mir was abgeguckt vom Beutel mit dem guten Bäumeler. So, jetzt hab ich, ich hab irgendwie grad die Namen in meinem Kopf umgeregt, wie dem auch sei. Ah, Bäumeler, Bäumeler, Bäumeler. Der macht so viel möglich. Ja, das ist auf jeden Fall ein Trade, der ist zwar ziemlich, 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 ziemlich doll, aber das ist trotzdem mega geil. Ja. Raumschiff-Trades. Ich hab dabei Waffensystem-Synergie aus dem 1000-Tage-Veteran-Raumschiff. Nach den Stapeln erhalten Projektilwaffen 10 Sekunden lang 25 zusätzlichen Projektilwaffenschaden und 50% Projektilwaffenschilddurchdringung. Sie können anschließend 20 Sekunden lang keine weiteren Stapel erhalten. Ich glaube, das ist ein alter Klassiker für Torpedo-Builds. Ich hab ihn einfach mal mitgenommen. Das ist auf jeden Fall ein neuerer Trade. Ähm, das, wie gesagt, ist aus dem 1000-Tage-Veteran-Schiff der Trade gewesen, Waffensystem-Synergie. Ähm, dieser Trade hier, durchdringende Projektile, das ist der Trade, der mit der Tier 6 Steamrunner aka die Appalachie mitkommt. Bei Torpedo- oder Minenfeuermodus für 15 Sekunden Schilddurchdringung und Höhlendurchdringung. Ähm, ich habe damals gehört, der Trade ist etwas, worauf Torpedo-Boote lange gewartet haben. Ich hab ihn einfach mal hier mit drinnen, wegen dieser zusätzlichen Schilddurchdringung, ja. Ja, gut, in die Matrizen kommen natürlich auch mit, hallo. Ist doch wohl klar, dann hab ich nochmal ein zusätzliches Feuer frei, ne. Oh, da geht mir gerade was durch den Kopf. Ich hab den Trade total übersehen. Den Trade aus dem legendären World of Prey. Der hat doch auch noch was, wartet mal. Legendär. Das ist zum Beispiel so ein Trade. Da ist er. Den könnte man auch noch mitnehmen. Den hab ich ja total vergessen, dass der existiert. Ah, das hab ich echt total vergessen, dass dieses Schiff auch noch existiert. Okay, haben wir schon mal eine Alternative, die ihr mitnehmen könnt. Solltet ihr dieses übertrieben teure Schiff haben. Danke nochmal Mino für den Battle of Prey damals. Vor zwei Jahren? Ja, ich glaube schon zwei Jahre her. Heilige Mutter Gottes, ist das peinlich, dass ich das Schiff vergessen hab. Ich hab nämlich noch Schachmatt dabei. Ne, find ich jetzt nicht schlecht bei Aktivieren einer Kontrollfähigkeit, dass man nochmal zusätzlichen Projektilwaffenschaden kriegt. Das Ding ist halt, ich nehme Kontrollfähigkeit mit. Wegen unkonventionellen Systeme, um den Cooldown meiner Konsolen runterzudrücken. Dementsprechend, warum denn nicht auch nochmal einen zusätzlichen Projektilwaffenschaden mitnehmen? Hab ich mir gedacht. Deswegen ist Schachmatt noch mit drin. Aber jetzt, wo ich das weiß mit dem Bird of Prey, muss ich mir das vielleicht irgendwann nochmal überlegen. Irgendwann. Ja, jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo es mehr um meine Gem-Hudder-Angriffsschiffe geht. Der Dreadnought selbst kommt mit dem Trade Dominion-Koordination jedes Mal, wenn ich ein Beam-Overload oder ein Schnellfeuer aktiviere, dass meine Hangarschiffe 33% Schaden mehr kriegen. Ich finde den Trade ganz witzig. Ich habe den Dreadnought einmal, also nehme ich ihn erstmal mit. Der letzte Trade ist auch nochmal so ein Problem. Ja, ich meine, wie gesagt, Dominion-Koordination, ihr holt euch das Schiff, ihr habt den Trade. Es gibt aber noch ein zweites Gem-Hudder-Schiff, und zwar den Schlagkreuzer. Der bringt mit Gehorsamkeit bedeutet Sieg. Und jedes Mal, wenn ich ein Team aktiviere, mein Fall ist es das Taktik-Team, kriege ich einen Gem-Hudder-Schiff. Es ist mein achtes Gem-Hudder-Schiff hiermit. Wir haben jetzt also zwei originale Gem-Hudder-Angriffsschiffe, huch, von den Pets. Und der fünfte Gem-Hudder sitzt hier. Übergangs an Kai bringt den Sieg. Wie effektiv dieser Trade ist, das sei jetzt mal dahingestellt, aber schon dadurch haben wir jetzt fünf Gem-Hudder-Angriffsschiffe. Vier Pets, einmal ihn. Die anderen drei, da ist Sensory dran schuld. Weil nachdem er mir gesagt hat, dass bei der Fähigkeit, ja, ihr wisst ganz genau, was jetzt kommt, Notfall-Tellerie-Beschuss, The Fines kommen, habe ich mir die Frage gestellt, was kommt dann eigentlich bei den Gem-Hudder? Weil die Chance war da, womit die Kleinen sind ja mit der Föderation alliiert, dass bei ihm dann auch The Fines auftauchen. Die Antwort lautete, Gott sei Lobendank, nein, es kommen drei Gem-Hudder-Angriffsschiffe. Und da sind die acht Gem-Hudder-Angriffsschiffe, die ich mit diesem Schiff mitnehmen kann. So, jetzt kriegen wir aber was ganz anderes durch den Kopf. Ihr könntet eine ganze Dominion-Flotilla mitnehmen, wenn ihr ein Zeil seid, die Photonische Flotte mitnehmt und dazu noch den Trade, dass ihr statt drei Photonische Raumschiffe vier Photonische Raumschiffe mitnehmen könnt. Dann hättet ihr ja schon mal zwölf Gem-Hudder-Schiffe. Nicht unbedingt andere Schiffe, aber andere Gem-Hudder-Schiffe, die euch unterstützen. Och, und dann gibt es ja da auch immer noch It's Another Enterprise, wo auch nochmal ein zusätzliches Dominion-Schiff auftaucht und euch unterstützt. Ich kann es nur nochmal betonen, wie effektiv diese Ideen gerade in meinem Kopf sind, weiß ich nicht. Es geht mir reinweg darum, ihr könnt euch einfach über Trades eine ganze, beziehungsweise über den Wissenschaftlern eine ganze Gem-Hudder-Flotte zusammenstellen mit diesem Dreadnought. Äh, ja. Kleiner Tipp, wenn euch dieses Schiff einfach viel zu teuer ist. Und ihr wollt jetzt nicht unbedingt, ähm, wollt jetzt nicht unbedingt, so wie ich, äh, die Original-Gem-Hudder-Angriffs-Schiffe spammen können. Euch reichen die, ähm, ähm, äh, hat es doch mit A geschrieben? Ja, es wird doch mit A geschrieben. Euch reichen die normalen Gem-Hudder-Vanguard-Angriffs-Schiffe. Wir wissen ja jetzt, dass das das legendäre Gem-Hudder-Angriffs-Schiff ist. Äh, ihr könnt auch den Ving-Hudder-Dreadnought nehmen. Der Ving-Hudder-Dreadnought hat aber ein ähnliches BO-Layout wie die Galaxy-Klasse. Das möchte ich mal dazu sagen. Es ist nicht die 1-zu-1-Übersetzung. Ihr könnt nur ein Hangerschiff mitnehmen. Das Schiff ist, jedenfalls war es bis vor kurzem nicht kompatibel mit den Gem-Hudder-Bugs. Also ihr müsst die Kanonenboote nehmen. Ihr müsst quasi die legendäre Version des Gem-Hudder-Angriffs-Schiffes mitnehmen. Äh, ihr könnt nur eins mitnehmen. Aber dafür habt ihr halt die Wingman. Ja, ihr habt irgendwie immer noch 4 Pets, die ihr befähigen könnt. Äh, das ist eine Alternative für euch. Würde ich jetzt mal sagen. Solltet ihr sagen, Alter, Lutz, das ist viel zu teuer. Ich kann mir keinen Gem-Hudder-Dreadnought leisten. Ganze Schwenken davon. Ich kann mir auch nicht noch zusätzlichen Gem-Hudder-Schlagkreuzer leisten. Sehe ich ein. Sehe ich absolut ein. Dieses Bild ist einfach unfassbar teuer. Und viele werden jetzt rumrollen. Das ist ja noch nicht mal stark. Ne, es macht aber Spaß. Hm. Äh, ja. Äh, wo waren wir stehen geblieben? Raumruf. Fortgeschrittene Zielsysteme. Teiler. Torpedo-Vorzündungssequenz. Unsere kinetische Omega-Abscherung. Und Energiefrequenzierer. Das sind die Trades, die ich hier mitnehme. Der aktive Raumruf. Ich meine, das ist immer dasselbe, was ich mitnehme. Also habt ihr da ein Video gesehen, kennt ihr sie alle. Hauptsache, ihr habt Antizeit dabei. Und ich muss mal sagen, ich mag überhaupt mehr diese Sensorplattform. Weil die hat mir jetzt auch schon das ein oder andere Mal das Schiff gerettet. Ja. Keine Überraschung da. Äh, kleinere Überraschung vielleicht hier. Wir reden jetzt erstmal ganz kurz über das Offensichtliche. Natürlich. Ich habe eben lang und breit drüber gesprochen. Notfall-Arteilerie-Beschuss. Waffen konzentrieren. Und dann haben wir. Chemo-Side mit. Wir haben großflächig drei dabei. Beta-3. Und das Taktik-Team. Beam-Overload. Klar, um unseren Trade zu benutzen. Der mit dem Gemma-Dart-Redknot mitkommt. Dass unsere Gemma-Dart-Geschiffe ein bisschen mehr Schaden machen. Und Streusalbe für... Das war es doch gleich. Es gab einen Trade, den ich getriggert habe durch Streusalbe. Ich komme gerade nicht mehr drauf, welcher es war. Ich hatte es eben noch gesagt und gleich wieder vergessen. Ach, weil es waren Matrizen, ne? Ja, es waren die Matrizen, natürlich. Das habe ich in diesem Take gar nicht gesagt. Dass ich die Streusalbe mitnehme für das großflächig 1. Ähm, ja. Und natürlich, Beam-Overload und Streusalbe. Das bedeutet auch, unser Gemma-Dart-Schiff ist durch den Triumph-Impulsantrieb nochmal eine Ecke zacken schneller. Ja, das muss ja auch nochmal dazu gesagt sein. Ähm, hier waren wir. Ich habe ein Notenergie-Zur-Antrieb mit, weil ich das Notfall-Kon-Hologram mit habe, um einfach auch nochmal zusätzlich ganz schnell Zugriff zu haben auf Ausweichmanöver. Ich habe einen photonischen Offizier mit, trotz dass ich Bäume noch mit habe. Aber jetzt werden sich vielleicht viele streiten, aber ich habe mal eine Unterhaltung zwischen Beutel und Ed mitbekommen, dass Beutel Bäumler und den photonischen Offizier mitnimmt. Ist vielleicht wirklich Overkill. Aber auf der anderen Seite ist es kein Overkill, wenn ihr die ganze Zeit acht Gemma- oder Angriffsschiffe mitnehmen wollt. Es ist so geil. Ich habe das ausprobiert gehabt auf Jane, auf ihrer Luna-Klasse, weil die Luna-Klasse ist ja auch ein Kommandoraumschiff, kann auch die Fähigkeit mitnehmen, den Artillerie-Beschuss kann sie auch mitnehmen. Und mir fiel halt auf, warte mal, sie hat den photonischen Offizier ja auch dabei. Da habe ich Bäume noch ihr geholt. Ich habe das mal ausprobiert. Die Defines kamen reingeflogen, flogen weg. Zwei Sekunden später, wupp, kamen sie wieder reingeflogen, flogen wieder weg. Zwei Sekunden später, es war das reinste Defines-Spam-Festival. Und das nehme ich jetzt mit. Und, ja, es ist halt so geil. Ihr denkt euch so, hm, scheiße, jetzt ist mein Taktik-Team, Gemma-Dangro-Schiff weg und mein Notfall-Artillerie-Beschuss. Kein Problem, ihr habt den Satz zu Ende gedacht, wupp, kommt sie wieder rein. Es ist so geil. Es ist, ah, es ist so eine geile Kombi, einfach photonische Offizier und Bäume damit zu nehmen, um diese verdammten Artillerie-Schiffe zu spammen. Ah, ich liebe es. Ich liebe, 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 liebe es. Ich beruhige mich schon wieder. Ja, ich habe dann jetzt hier noch mit Traktorstrahl und Zielsensoren blockieren. Ihr könnt mit dem Vortex, ihr könnt mit dem Traktorstrahl-Repulsor. Solltet ihr sagen, Alter, du brauchst nun wirklich nicht auch noch photonische Flotte, dann nehmt auch noch einen Grafibrund mit. Steht euch alles offen. Ich muss sagen, ich habe mich jetzt erst mal zu den beiden entschlossen. Erstens, weil ich auch ein bisschen vergessen habe, noch abzugraden, weil ich wollte eigentlich noch einen Upgrade machen. Hauptsache, ihr nehmt noch Zeilsfähigkeiten mit, die euch Kontrolle geben. Also die auf Kontrolle basieren, damit ihr den Cooldown eurer Konsolen reduzieren könnt. Und, ja, in meinem Fall gibt es ja auch noch mal ein bisschen zusätzliche Schaden für die Torpedos. Das ist halt der einzige Grund, warum ich diese beiden Fähigkeiten mithabe. Es gibt definitiv effektivere Varianten als auf jeden Fall Zielsensoren blockieren. Hätte ich dran gedacht, hätte ich das wirklich im Vortex noch mitgenommen. Ja. Und Traktorstrahler, Traktorstrahler, Pulsar, ist halt das Problem. Ihr braucht halt noch den dazugehörigen Offizier, und zwar Kragermahl, aber ich glaube nicht, dass unbedingt lieber Kragermahl gerade verfügt. Ich würde immer zu funktioniert sagen. Ja, weil ich habe gerade einen Blutdeck-Offizier mit einem Einzelnen, der den Cooldown meiner Champion-Angriffsschiffe um gerade mal 3% reduziert. ist ein Lückenfütter, sage ich jetzt mal so. Ich meine, 3% ist zwar irgendwo witzig, aber nee. Ich habe Lore mit, um die Wiederaufladezeit meiner Torpedos ein bisschen zu reduzieren. Notfall-Kon-Hologramm habe ich ja eben schon gesagt, dass ich das mitnehme. Deswegen habe ich das Not-Energie- und den Antrieb mit dabei. Projektilwaffen-Offizier 1 und 2 sind die Delta-Quadrat-Offiziere für die typischen kritischen Bonis wie Trefferschaden und Chance. Ja, ist ja eigentlich klar. Ich glaube, jetzt habe ich euch wirklich alles soweit erklärt. Ich habe euch auch gesagt, warum ich das Schiff so baue, wie ich es gebaut habe. Also, ich kann es nur nochmal sagen, dieses Bild ist darauf ausgelegt, Torpedos zu spammen und Angriffsschiffe. Oh, das macht das Schiff so gut. Es ist so witzig und ich bin so froh, endlich dieses Bild fliegen zu können. Es ist auf der teuren Seite und wie gesagt, viele von euch werden gleich enttäuscht sein, weil gerade die DPS-Fahrer werden sich jetzt sagen, Für mich ist es aber ziemlich viel. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Dominion Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020